Na dann, weiter im Text, quer durch Spinnenweben. Tja, professionelle Bildmalerei hier mal wieder. Ja, das war so offensichtlich. You found a secret area. Kampfhund des Jahres, Greta von Wolfenstein. Ach, ist das herrlich. Ein süßer Spielball. Bisschen selbstverliebt. Nein. Das, ne, da geh ich ganz bestimmt nicht hin. Ein Letter, Granaten. Hübsches Zimmer hat der Chef da. Der Hund schnarcht da fast so wie meiner. Finde ich gut. Sollte dieser Kamin nicht schon letzte Woche repariert werden? Mist. Diese hirnverbrannten Idioten können... Ja, du wirst gar nicht mehr repariert, Alter. Ja. Und hier geht's weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal schon in diese Secret Area rein. Wollte ich jetzt mal einfach so sagen. Weil hier geht nix. Komische Maske. Gold. 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 Note vom King Otto. Du willst Paderborn. Ja, alles klar. Ja, herrlich. Note. Ein Haufen Notes. Von King Otto. Wie gesagt, ich würde echt gerne mal eine Runde Wolfenstein 3D in Wolfenstein spielen. Hm. Naja, schade. Hier auch nicht. Schon wieder Offiziere. Tja, ihr habt nicht mal ein paar Kugeln ins Gesicht überlebt. Ich hab's heute nicht mit's Dorf, Leute. Ich hab's heute nicht mit's Dorf. Okay, warte mal. Hä? Komm schon. Das Problem ist... Ah, hier geht's Treppe hoch. Ich weiß nicht, wenn ich im offenen Gefecht bin, hasse ich Schalldämpfer halt irgendwie sehr. So eine Uhrzeuge ist einfach toll. Na? Pisser? Tod ist tot. Da helfen keine Pillen. So. Okay. Dann schauen wir mal, was es hübsches gibt hier. Okay. Da. Dadä. Dadä-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da-ta-ta-ta. okay dann auf ins nächste areal komm lauf alter auf ins nächste areal na das hört sich sehr beunruhigend an was zum hinker na wartet wo sinds da der bumpenschuss bamm sniper killer 1 korosawa sniper god vier schuss vier treffer wo der sich überall rumschleicht also das muss ich gestehen da haben sie echt viele gemacht inzwischen natürlich arschkeks zack und du hast da keine beine mehr also die sniper gefällt mir die kann man auch ja ziemlich gut im nachkampf verwenden besser als die die alte sniper die sie damals in den new order hatten mir gefallen allgemein die waffen die eigentlich jeder einzelne ich weiß ehrlich gesagt nicht warum aber naja das war ach wo gehts denn jetzt hin rutschen beim ersten versuch okay bevor ich den will frei würde ich sagen mach mal schnell einen cut und machen in der nächsten folge weiter also reingehauen dann 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 dann